Wir haben nichts zu fürchten, außer wenn wir vergessen, wo wir herkommen. Es ist also wichtig, dass wir alte Wahrheit, die leicht vergessen werden, mal wieder anbieten. Wir haben nichts zu tun. Wir haben nichts zu tun. Guten Abend. Schön wäre, hier zu sein. Heute Abend geht es um Ankündigungen, Verkündigungen vom Himmel. Und worum geht es denn eigentlich? Ich dachte, ich wollte euch heute Abend mal was von Jesus erzählen. Aber vor dem ich etwas von Jesus erzähle, dachte ich, vielleicht erzähle ich erst etwas von mir, was viele von euch schon wissen, aber da sind vielleicht einige, die nicht wissen, wo wir herkommen und warum wir glauben, was wir glauben. Denn ich habe ja nicht immer geglaubt, ich war ja Atheist. Und ich war nicht nur Atheist. Ich habe den Gedanken an Gott gehasst. Ich habe Religion und Gott verachtet mit allem, was ich hatte. Und von Jesus wollte ich sowieso gar nichts wissen. Und um mir von der Liebe Jesus zu erzählen, wäre lächerlich gewesen. Aber vielleicht so ein bisschen Hintergrund, warum ich ihn so gehasst habe. Ich habe ihn so gehasst, weil ich hatte ein verkehrtes Gottesbild. Ich wurde ja erzogen in einem Haus, wo meine Mutter evangelisch war und mein Vater war katholisch. Und meine Mutter wurde krank, als ich acht Jahre alt war. Und sie hatte Krebs und starb so langsam dahin. Sie hat schrecklich gelitten, vier Jahre lang. Und sie starb endgültig, als ich zwölf war. Aber im Religionsunterricht, weil ich war ja katholisch, wurde mir ständig erzählt, dass da keine Erlösung für sie möglich war, weil sie nicht zum katholischen Glauben gehörte. Aber das war natürlich vor Vatikan 2, wo Dinge sich angeblich geändert haben. Und so habe ich dann eine Wut bekommen für diesen Gott. Denn nicht nur wurde mir erzählt, dass sie nicht erlöst ist, sondern es wurde mir eingeprägt, dass sie für ewig und ewig und ewig in der Hölle brennen würde. Aber ich habe meine Mutter gekannt. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau. Meine Mutter ist gestorben mit den Worten, der Herr ist mein Hirte, auf ihren Lippen. Aber dieser Gedanke von diesem rachsüchtigen Gott, der diese Frau, die keine Fliege töten konnte, für ewig und ewig und ewig brennen würde, hat mich mit so einem Hass erfüllt, dass, als ich so zehn Jahre alt war, habe ich den Katechismus eines Tages genommen und ich habe ihn zerrissen im Religionsunterricht und ich habe die Person, die den Unterricht gab, geschmissen mit diesem Zeug und habe ihr erklärt, was sie mit ihrem Gott machen kann. Die meisten kennen ja die Geschichte. Aber jedenfalls, ich flog dann jedes Mal aus dem Religionsunterricht raus, denn solche unartigen Kinder kann man ja nicht dulden. Und jedes Mal, wenn der Schulleiter, und das war in der deutschen Schule in Südafrika, wenn der mich sah, dass ich rausgeschmissen war, dann hat er immer gefragt, was suchst du hier draußen? Dann sage ich, die, und meist habe ich noch was dazugefügt, so wie Hexe oder sowas ähnliches, die hat mich rausgeschmissen. Und dann hat er mich immer verprügelt, hat aber nie gefragt, warum. Nie. So, bei jedem Religionsunterricht war es für mich Gang und Gebe, jetzt werde ich versohlt. Und damals war es ja noch üblich, der Schulleiter durfte sechsmal schlagen. Aber danach durfte er nicht weiterschlagen, denn das war, was das Gesetz sagte. So, wenn man unartig war, wenn man nicht so unartig war, hat man zwei bekommen, wenn man unartig war, hat man drei bekommen, sehr unartig, vier, aber ich, sechs, immer. Und diese Autorität habe ich dann nachher auch gehasst. Und so habe ich alle Autorität gehasst, die einfach nur straft, ohne sich zu bedenken, warum sie straft. Und ich kann mich entsinnen, ich war entsetzlich frech. Dann ist er da mit einer Wut und ich habe ihn auch provoziert. Und dann habe ich mich gebürgt und dann hat er geschlagen, sechsmal. Und er war so wütend. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist das das Beste, was du tun kannst? Willst du nicht nochmal schlagen? Oder bist du zu feige? Und dann hat er ausgeholt, dann hat er sich immer in den Griff bekommen. Und dann habe ich immer gesagt, schade, ich hätte gerne sieben Streifen. Dann könnte ich zur Polizei gehen und sagen, schau, ich habe sieben Streifen. Und dann kommst du vor Gericht. So, ich war frech. Später wollten sie mich auch nicht mehr in der Schule haben. Und ich habe Schule gehasst. Ich habe Autorität gehasst. Und man hat mir gesagt, wenn ich so bin, dann brate ich auch in der Hölle. Und das hat mich nicht zum Glauben gebracht. Im Gegenteil. Das hat meinen Hass noch gestärkt. Und diesen Jesus, der mir da verkauft wurde, mit dem konnte ich und wollte nichts mit ihm anfangen. Und als ich dann bei der Universität war und Unterricht gab und die Evolution lehrte und immer wieder einer aufstand oder einer und sagte, aber hör mal, ich glaube doch, dass da eine Schöpfung war. In Südafrika sind sie sehr gläubig. Dann hat es mich mit einer Wut gepackt. Wie kann man so blöd sein, um an einen Gott zu glauben? Und heute bin ich ein, wie sagt man in Englisch, Christ-Junkie. Ich bin Christus-Süchtig. Da muss doch irgendwas geschehen sein, um so etwas zu bewirken, um so eine Änderung hervorzubringen. Ich konnte mit seiner Autorität nichts anfangen. Ich konnte mit seiner Rache, mit seiner Rachsucht nichts anfangen. Und heute sehe ich das so anders. Wieso denn? Verkündigungen vom Himmel. Es ist sehr selten, dass Gott persönlich in der Bibel spricht. Er redet durch seine Propheten. Er redet in Träumen mit den Propheten. Er gibt ihnen Visionen. Wenn es sehr wichtig ist, dann schickt er auch schon mal einen Engel. Aber wenn es absolut mega wichtig ist, dann überlässt er es keinem anderen außer sich selbst. Verkündigung des Gesetzes ist das erste Mal, wo Gott zu einer Massenaudienz redet. Er hatte vorher schon geredet zu Abraham und zu den Patriarchen und dergleichen. Aber das war eins zu eins. In Eden hat er mit Adam und Eva geredet. Eins zu eins. Aber dann redet er durch die Propheten und hier bei Sinai, 2. Mose 19, Vers 16 und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Es war eine schreckliche, wenn man das Wort gebrauchen kann, Demonstration seiner Macht. Der Berg zitterte, die Erde bebte. Kein Tier durfte das Gelände betreten. Wenn sie an den Berg hätten, wären sie drangekommen, wären sie sofort gestorben. Kein Mensch durfte nah an den Berg donnern und blitzen und Gewalt. Da, wie ich früher war, würde ich sagen, der soll mal da oben, der soll mal platzen. so eine gewaltige Schau. 5. Mose 4, 35, 36 Dir ist gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt. Und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Hier ist eine Megademonstration der Macht Gottes. Ja, mit meinem Hintergrund und diesem Autoritätsgedanken, ich konnte mit den Menschen, die solche Autorität und Macht hatten, nichts anfangen. Die waren nicht fair. Denn Gott, den ich in meinem Kopf hatte, der war bereit, um Menschen zu quälen für ewig und ewig. Der Lehrer, den ich kannte, der Autorität hatte, der war bereit, zu prügeln, ohne zu fragen. Autorität hat mich noch nie eingeschüchtert. Ich hatte keine Angst vor Autorität. Im Gegenteil, ich war unheimlich frech. Und ich musste ja auch zum Militär. Und da muss man diese Autorität akzeptieren, sonst geht es einem ganz dreckig. Siehst du das Loch da? Nein, ich sehe kein Loch. Mach es! Und dann in diesem harten Steingeröll, dann schwitzt du. Wieso ist das Loch nicht da? Da kriegst du noch eine drauf. Unsere Armee war schrecklich. Und dann kommen sie später, was sucht das Loch da? Wieso ist das Loch da? Mach das Loch sofort zu! Und dann schaufelst du bis Mitternacht, um das blöde Loch wieder zuzukriegen. Und dann kommen sie und sagen, wieso hast du das Loch zugemacht? So ein Blödsinn! So ein Missbrauch der Autorität! Ich habe es gehasst mit meinem ganzen Körper. Aber irgendwie habe ich es überlebt. Sonst wäre ich ja nicht hier. Und ich kann mich noch so gut entsinnen, jedes Mal, wenn ein General oder was vorbeikam, ich war so ein strammer Soldat und dann habe ich gemacht. Und der hat immer geguckt und ist vorbeigegangen. Da war nämlich was verkehrt an dem, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe die linke Hand gebraucht. Immer! Das war gegen das Gesetz. Wenn die das gesehen hätten oder kapiert hätten, wäre ich sofort in was ernannten Dibi und ich wäre gedrillt gewesen, bis ich liege. Aber ich habe es immer gemacht. Weil ich muss ihnen zeigen, deine Autorität, die irritiert mich. Aber ich habe so zackig gemacht, die haben es nicht mitbekommen. Und das hat mir immer so eine Freude bereitet. Da konnte ich zehn Löcher graben, das war okay. Ich hatte mit der linken Hand saluiert und er hat es nicht kapiert. Also diese Autorität war ein Problem für mich. Ein sehr lauter Schall- und Schofarhorn-Hörner. Hier ist Gott. Das ist der Gott des Weltalls. Und er demonstriert seine Autorität. Es war ein Schauspiel. Es war enorm. Aber ich könnte damit wenig anfangen nach meiner Prägung. 5. Mose 5,22 Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg mitten aus dem Feuer dem Gewölk und der Dunkelheit mit gewaltiger Stimme und er fügte nichts hinzu und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafel und ergab sie mir. Hier ist das Gesetz Gottes. Es ist unumstoßbar. Es hat die ganze Wucht und Gewalt und die Macht und die Autorität eines Gottes hinter sich, wo jeder bett und zittert. Dann lesen wir in Thoughts from the Mount of Blessing Es war Christus, der unter Donner und Flammen auf dem Berg Sinai das Gesetz verkündigt hatte. Die Herrlichkeit Gottes ruhte wie verzehrendes Feuer auf dem Gipfel und der ganze Berg bebte in der Gegenwart des Herrn. Die flach auf dem Boden liegenden Scharen, sie hatten Angst, sie lagen alle da, sie hatten Angst. Israels hatten ehrfürchtig den heiligen Vorschriften des Gesetzes zugehört. Was für ein gegensätzliches Bild bot der Berg der Seligpreisungen. Hier ist ein anderer Berg und hier spricht diese Person von dem Berg der Seligpreisungen unter dem Sommerhimmel in der ungestörten Stille, wo nur der Vogel Gesang zu hören war, erläuterte Jesus die Grundsätze seines Königreichs. Doch der, der an jenem Tag so liebevoll zu den Leuten sprach, eröffnete ihnen nichts anderes als die Prinzipien des auf dem Sinai verkündigten Gesetzes. Hier ist ein ganz anderer, ein milder, eine milde Person und erläutert das Herz dieses Gesetzes, aber ohne den Donner und ohne den Blitz und ohne die gewaltige Autorität. Als das Gesetz gegeben wurde, kam Israel aus einer langen erniedrigenden Knechtschaft in Ägypten und es war nötig dem Volk die Macht und die Majestät Gottes einzuprägen. Doch selbst ihnen offenbarte er sich nicht weniger als ein Gott der Liebe. Das wäre für mich in meinem vorigen Zustand nicht begreiflich. Denn ich habe immer nur diesen rachsüchtigen Jesus gekannt. Diesen rachsüchtigen. selig sind die sanftmütigen. Selig sind die die armen Geistes sind. Selig sind die barmherzigen. Selig sind die die sich sehnen nach Heiligkeit. Naja, hier bin ich auf dem Wege nach Sinai. Wir fuhren in diesem Wagen. Ich weiß nicht was unter dem Wagen war, aber fuhr mehr wie eine Krabbe als ein Auto und wackelte so um die Kurven, dass es unhopste und hier ist die Bremse ausgehakt oder die Kupplung oder irgendwas, das war die Katastrophe und der Mann, der jagte wie ein Blitz. Ich habe gedacht, ich komme nie lebendig in Sinai an und ich sagte zu ihm, warum jagst du so mit diesem Auto, dieses Auto ist gefährlich, es ist total kaputt unten und du jagst wie ein Irrer und je mehr ich mit ihm redete, je schneller fuhr er. Ich habe ihm nachher Geld angeboten, willst du Geld haben, um langsamer zu fahren? Aber er fuhr nur noch schneller. Ich dachte, ich krepiere. Interessante Geschichte eigentlich. Und wir kamen zu diesem Platz und es war an einem Freitag, aber es war Karfreitag und wir haben nicht erst gewusst, dass dieser Platz, Sinai, St. Catherine's Monastery, dass das um 12 Uhr schließt. Wenn der nicht gejagt wäre, wie ein Irrer, wäre ich umsonst dahin gefahren. Dann wäre ich nie in dieses Gebäude hineingekommen. Es war ein eigentlich wunderbares Erlebnis, um da zu sein und ich habe fotografiert und es war eigentlich ganz fantastisch. Hier ist St. Catherine's, da wurde auch das Manuskript, das Sinaitische Manuskript gefunden und ich wollte sehen und ich wollte die Manuskripten fotografieren, im Hintergrund ist der Berg. Aber wie das so ist bei diesen Plätzen, man hat immer eine Führung und die nimmt einen dann rum und erklärt das alles und so weiter. Ich glaube immer sehr wenig von was sie sagen, aber immerhin interessant. So sieht es da aus an diesem Berg und die Kirche auch. Ich denke das sind vielleicht die zwei Diakonen, ich bin nicht sicher, die einen erwarten, wenn man da reinkommt. Und die Führung die bringt einen dann hier hinein, aber man darf keine Bilder nehmen, aus irgendeinem Grund. Aber ich habe es nicht gewusst und bin da durchgejagt und habe auch viele Bilder genommen. Meinen Freund haben sie rausgeschmissen, weil er ein Bild gemacht hat und das hat mir die Gelegenheit gegeben, um noch Bilder zu machen. Hier sind alle die Manuskripte und hier hat die Führung uns gezeigt, dass dieser Busch ein ganz besonderer Busch ist. Der Führer hat gesagt, das war der brennende Busch, das war der brennende Busch Mose und sofort haben alle gebetet an den Busch, alle an den Busch ran und haben gebetet und dann hat er gesagt, und dieser Busch ist heilig, der ist immer grün, Winter, Sommer, macht nichts, der ist immer grün und er kriegt nie Wasser. Ich dachte, du lügst. Ich bin immer so rebellisch. Jedenfalls, dann ist die Führung vorbeigegangen und ich bin von der Führung weggeschlichen und zurückgeschlichen zu diesem Busch, bin da hoch geklettert, da war ich noch ein bisschen jünger. Heute werde ich vielleicht eine Leiter holen müssen. Da war kratzig der Busch, habe da rum gekratzt und habe, ich weiß nicht, ob ihr ihn sieht, diesen Schlauch da, ich habe ihn hinten raus gekratzt unter der Pflanze und dahin gehängt für die nächste Führung. Und dann habe ich gewartet und das Bild gemacht, als die nächste Gruppe dann eben wieder da war und er ihnen das erklärt hat. Aber schau, wie tragisch es ist. Könnt ihr sehen, wie die Menschen da stehen? Sie tun mir leid, sie tun mir vom Herzen leid. Sie sind dagegen und beten und meinen es so gut und sie schlucken eine Lüge. Ich kann eine Lüge nicht vertragen. Und als sie alle fertig waren, ich habe nur den Schlauch genommen, nichts gesagt, kein Wasser, nein, der kriegt nie Wasser, dieser Busch. Lüge, Unehrlichkeit, verkehrtes Bild, werden wir nicht alle irgendwie so geprägt in dieser Welt? Und wie ist die Welt heute? Gottlos. Keiner will Gott haben. Ich wollte ihn ja auch nicht haben. Wer will denn so einen Gott haben? Mit solchen Lügen, die überall verbreitet werden. Und warum? Wieso müssen wir lügen, wenn wir eine Bibel haben und eine Geschichte, die was ganz anderes erzählt? Wieso müssen wir lügen? Wieso können wir nicht einfach auspacken und sagen, das ist, was die Bibel lehrt? Wieso das andere? Nach dieser Führung ist alles geschlossen, hatten wir die Gelegenheit, hier beim Sinai hoch zu klettern. Mein Freund da, François mit Mount Sinai, Elijah's Cave. Denn Elia kam ja auch zu diesem Platz, als er rannte 40 Tage und 40 Nächte und irgendwo hier wird behauptet, so nach der Überlieferung hat er dann gewohnt. Man kann mit einem Kamel da hochreiten, aber ich wollte nicht auf einem Kamel, der hat schon schwer genug, das arme Tier. Ich werde mal hoch gehen. Und mein Freund und ich, wir sind da hoch und wir haben uns das mal angeguckt und wir können sagen, wir waren auf dem Berg. Aber weiter können wir nichts sagen. Weiter nichts. 1. Korinther 10, Vers 4 bestätigt, dass es Jesus Christus war, der mit dem Volke Israel ging in der Feuersäule, dass es Jesus Christus war, der da sprach dann an dem Berg, denn es war er, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. 5. Mose 33, 1-4 Und dies ist der Segen, mit dem Mose, der Mann Gottes, die Kinder Israels, für seinen Tod gesegnet hat. Und er sprach, der Herr kam von Sinai und leuchtete ihnen auf von Serher, leuchtend erschien er vom Berchland Paran und kam von Heiligen Zehntausenden her, aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebt das Volk, alle seine Heiligen sind in deiner Hand und sie lagern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten. Mose hatte uns ein Gesetz befohlen, ein Erbteil für die Gemeinde Jakobs. Also hier wird nicht nur von Macht und Majestät und Kraft und Autorität geredet, aber auch von Liebe. Einen Gott der Liebe kannte ich nicht. Ich konnte mit ihm nicht viel anfangen. Dieser gleiche Gott, der dieses Gesetz mit so viel Vollmacht verkündete, der hat auch verkündigt, dass Babylon fallen würde. Und hier hat er auch persönlich diese Worte gesprochen. Es fing an mit dem ersten König, da war ja noch Gnadenzeit, da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Der würde mich auch irritieren, sofort. Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel errab, dir wird gesagt, König Nebuchadnezzar, das Königreich ist von dir genommen. Eine Stimme vom Himmel kündigt ein Urteil an und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten, mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen und sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt wer will. Also dieser mächtige König Babylon wird zurechtgewiesen, da es einer der mächtiger ist als er und das ist dieser Mächtige, der donnerte bei Sinai und er kündigt es persönlich an. Wenn man nicht horcht, dann sind da Probleme. Im selben Augenblick erfüllten sich das Wort an Nebuchadnezzar. Er wurde von einem Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse, er bekam eine seelische Krankheit und reagierte wie ein Tier, Lysentropie, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebuchadnezzar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und Priest und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wehrt. Also diese Demütigung, die dieser prahlende protzende König empfing führte zu einem anderen Geist zu einem anderen Geist aber der nächste oder der übernächste der König Balsasa veranstaltete für seine tausend großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den tausend und während sich den Wein schmecken ließ befahl Balsasa man solle doch die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen die sein Vater Nebukadness aus dem Tempel in Jerusalem genommen hatte damit der König samt seiner großen seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne wiederum wiederum Konflikt zwischen dem was heilig ist für Gott und was der Mensch sich aneignet im selben Augenblick erschien ein Finger erschienen Finger einer Menschenhand die schrieben gegenüber dem Leuchter auf dem getünchten Wand des königlichen Palast und der König sah die schreibende Hand da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten hier ist noch einer der zurecht gewiesen wird direkt durch Gott dieser Gott hat mit seinem Finger das Gesetz geschrieben in Stein und seine Allmacht bestätigt hier ist ein irdischer König der setzt sich über die Dinge Gottes er wird zurecht gewiesen und die gleiche Hand die das Gesetz schrieb schrieb in die Mauer noch einmal später schrieb eine Hand in den Sand und alle die verurteilen wollten verschwanden eine interessante Hand und dieser Fall des typischen Babylons garantiert den Fall des antitypischen Babylons Irgendwann wird diese gewaltige Macht die da in Sinai war auch den antitypischen Babylons König am Ende der Zeit vernichten Ich Ich nehme an seine Knie werden auch schlottern und dann sagt die Bibel wird er vernichtet durch das leuchtende Licht der Wiederkunft Christi Hebräer 2 Vers 26 Seine Stimme erschütterte damals die Erde Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben in dem er spricht Noch einmal erschütter ich nicht allein die Erde sondern auch den Himmel Es soll noch eine Erschütterung geben Und historisch archäologisch hat sich das mit dem buchstäblichen Babylon als korrekt bewiesen sogar der königliche Name der erst geleugnet wurde Belsasser wurde in der Archäologie aufgegraben so das ist nicht nur eine biblische Aussage sondern eine archäologische historische Tatsache Und hier ist ein Versprechen dass es wieder einmal kommt Jetzt dieser Gott diese Autorität was fange ich mit der an Soll ich jetzt auch wie die Israeliten schlottern und mich hinschmeißen und beben und Angst haben Was mache ich mit dieser Autorität wo selbst der mächtigste König und der mächtigste antitypische König nicht erst gegen ihn stehen kann Habe ich überhaupt eine Wahl in dieser Sache Offenbarung 18 Vers 20 21 Freut euch über sie du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten denn Gott hat euch an ihr gerecht und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach so wird Babylon die große Stadt mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden das ist ein mächtiger Gott eines Tages wird der antitypisches Babylon die Verwirrung von Religionen die genauso die Becher der Wahrheit mit unreinem Wein gefüllt haben unreine Leere und sie an die Menschheit verkauft hat damit sie tanzen und trinken und betrunken werden können wird vernichtet werden 1. Thessaloniker 4 16 Denn der Herr selbst wird wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt da bei dem Bergwahn ja auch Trompeten Schall vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen denn gleich wie in Adam alle sterben so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden ein jeder aber nach seiner Ordnung als Erstling Christus danach die welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft danach das Ende wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird wenn er jede Herrschaft Gewalt und Macht beseitigt hat denn er muss herrschen bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat als letzter Feind wird der Tod beseitigt also nach der Bibel wird dieser Gott siegen und dieser Gott wird eine Ewigkeit regieren und alle die im Himmel sind sind ihm und seiner Majestät und seiner Autorität und seiner Gewalt unterstellt will will ich da sein eine Verkündigung bei der Geburt Jesu Lukas 1 26 und 30 im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galilies namens Nazareth gesandt hier kommt ein Engel der wichtigste mächtigste Engel im Himmel zu einer Jungfrau die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria und der Engel kam zu ihr herein und sprach sei gegrüßt du Begnädigte der Herr ist mit dir du gesegnete unter den Frauen als sie ihn aber sah schrag sie über sein Wort und dachte darüber nach was das für ein Gruß sei und der Engel sprach zu ihr fürchte dich nicht Maria denn du hast Gnade bei Gott gefunden mit dem Engel kann ich was anfangen der ist lieb der ist höflich und siehe du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm dem Namen Jesus geben dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben er ist der jenige der regieren wird bis jetzt habe ich ja nur gewusst was er ist seine Autorität seine Macht das Zittern das Beben wie er mit seinen Feinden umgeht er gibt ihnen eine Chance aber wenn sie nicht wollen und und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben also mit diesem Führer mit diesem Gott wenn ich ewig lebe bei ihm mit dem muss ich ewig leben sie wird aber ein Sohn gebären du sollst ihm den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden und John Wesley schreibt in seiner Anmerkung Jesus heißt Retter es ist Yahweh der Erlöser ist der gleiche Name wie Joshua Typus war er von ihm der Herr Rettung wer ist es sein Volk Israel und das ganze Israel Gottes und dann die Geburt Jesu und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld und bewachten ihre Herde in der Nacht und siehe ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr hier war ein anderer Engel und der Engel sprach zu ihnen fürchtet euch nicht braucht keine Angst haben denn siehe ich verkündige euch große Freude die dem ganzen Volk widerfahren soll denn euch ist heute in der Stadt David der Retter geboren welcher ist Christus der Herr und das sei für euch das Zeichen ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt in der Krippe liegend dieser mächtige Gott soll hier in einer Krippe liegen in Windeln total hilflos schon sonderlicher Gedanke und er liegt in Windeln wie alle anderen Kinder in Windeln liegen aber in diesen Windeln liegt dieser Gott der da gesprochen hat auf Sinai der liegt hier die Engel kündigen an da liegt er und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen die lobten Gott und sprachen wir werden gleich sehen was sie sagen das ist die Höhle in denen angeblich diese Hirten sich abends hinlegten und hier in dieser Gegend irgendwo in Bethlehem ist er erschienen und die Engel sagten Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes wohl gefallen und es geschah als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren da sprachen die hätten zueinander lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen die geschehen ist die der Herr uns verkündigt hat und sie gingen eilend und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen nachdem sie es aber gesehen hatten machten sie überall das Wort bekannt das ihnen über das Kind gesagt worden war hier findet er diese armen Leute in einem Stahl und dieses Kind liegt da in Windeln hilflos total abhängig Philippa 2 Vers 7 sondern er erstaunte sich selbst er äußerte sich selbst sorry nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen er machte sich leer erledigte sich von all dieser Macht die er hatte diese Mega Autorität und er kam in Windeln als Knecht unter den Armen jetzt kommen wir zur Taufe Jesu und da ist einer der zeugt Johannes bezeugt das ist ein Mensch ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm und ich kannte ihn nicht aber der mich sandte mit Wasser zu taufen der sprach zu mir der auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst der ist der mit dem Heiligen Geist taufe und ich habe es gesehen und bezeuge dass dieser der Sohn Gottes ist am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger in dem er auf Jesus blickte der vorüber ging sprach er siehe das Lamm Gottes ja was passiert denn hier bei dieser taufe sieht Johannes diese Person kein anderer Prophet hatte je dieses Vorrecht kein Jesaja kein Jeremia niemand sie konnten in die Zukunft weisen aber Johannes konnte auf den Menschen hinweisen da ist er das ist er das ist Gottes Lamm und wenn wir mit dem wandeln und mit dem Leben können auch wir aus erster Hand bezeugen dass er in der Tat das Lamm Gottes ist das unsere Sünden weggenommen hat und durch dessen striemen wir heil geworden sind aber wie ist denn dieser Gott ich möchte gerne wissen wie er ist und bei Jesus Taufe wurden Johannes Worte bestätigt da kommt nämlich eine Stimme vom Himmel jetzt wer ist es denn der Rede Jesus ist hier unten es ist Gott Vater kein Engel nicht Gabriel diesmal keine anderen Engel kein Prophet mit Matthäus 3 Vers 17 und siehe eine Stimme kam vom Himmel die sprach dies ist mein geliebter Sohn an dem ich wohl gefallen habe Markus sagt genau das gleiche du bist mein geliebter Sohn an dem ich wohl gefallen habe Lukas sagt genau das gleiche du bist mein geliebter Sohn an dir habe ich wohl gefallen eine öffentliche Predigt und diesmal ist es Gott selber es ist so eine wichtige Predigt dass kein Engel die bringen kann kein Prophet darf sie bringen der Heilige Geist ist gegenwärtig er bestätigt es indem er wie eine Taube sanftmütig auf Christus her nieder kommt die Engelschar ist stumm und Gott kündigt etwas an was so wichtig ist dass er es keinem anderen überlässt die erste große Ankündigung mein Gesetz meine Autorität meine absolute Autorität dann Babylon diese Autorität steht höher als der höchste König auf dieser Welt und ich werde nicht erlauben dass meine göttlichen Dinge zertrampelt werden und jetzt eine andere Ankündigung das ist er das ist mein Sohn das ist die höchste Predigt die noch je gegeben wurde niemand außer Gott gibt diese Predigt was heißt denn das wer ist denn der Vater der da spricht Johannes 8 Vers 19 da sprachen sie zu ihm wo ist dein Vater Jesus antwortete ihr kennt weder mich noch meinen Vater wenn ihr mich kennen würdet so würdet ihr auch meinen Vater kennen Philippus spricht zu ihm her zeige uns dem Vater dann genügt es uns Jesus spricht zu ihm so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt Philippus wer mich gesehen hat der hat den Vater gesehen wie kannst du sagen zeige uns den Vater durch diese Worte muss ich erkennen dass ich kann den Vater weder sehen noch verstehen außer durch Jesus jede Religion die den Sohn leugnet leugnet auch den Vater was immer außerhalb von Jesus ist wie hoch wie breit wie edel wie wortgewaltig es auch sein muss ist auch außerhalb vom Vater denn denn der Vater hat gesagt dass er durch den Sohn anerkannt und angebetet werden will das ist er er kündigt es an hier ist meine Gewalt hier ist mein Gesetz hier ist meine Autorität aber das ist er und wenn ihr wissen wollt wie ich bin schau ihn an denn er ist was ich bin so ich muss auf Jesus schauen wer ihn zurück weist der riskiert seine Seele Christus wird sich niemanden aufdrängen und sollte er sich traurig abwenden sind die Konsequenzen bitter so lese ich die Bibel als die Pharisäer ihn verwarfen sagt er zu ihnen ihr könnt nicht hinkommen wo ich hingehe wo soll er hingehen was macht er will er vielleicht Selbstmord begehen was ist denn los mit dem er sagt ihr kennt meinen vater nicht weil ihr kennt mich nicht und wenn ihr mich nicht haben wollt dann wollt ihr auch nicht den vater haben so habt ihr einen anderen vater euer vater ist der teufel 1. korinther 3 11 denn einen anderen grund kann kann niemand legen außer dem der gelegt ist welcher ist jesus christus und wenn er der grund ist dann muss das haus auf diesem grund stehen dann ist er das fundament ich kann nicht was anderes bauen ohne fundament ich kann nicht ein haus verkehrt rumbauen ich muss beim fundament anfangen matthäus 16 13 bis 18 als aber jesus in der gegenwart von caesaria philippi angekommen war fragte er seine jünger und sprach für wen halten die leute mich den sohn des menschen ist ja interessant johannes der teufel hatte gesagt da ist er das ist das lamm gottes das ist er eine stimme von himmel hat gesagt das ist mein sohn er muss diese frage fragen da spricht er zu ihnen ihr aber für wen haltet ihr mich denn sie sagten einer der propheten jeremia vielleicht johannes der teufel der schon enthaupt war bist du wieder eine auferstehung von ihm oder was auch immer da antwortet simon petrus und sprach du bist der christus der sohn des lebendigen gottes er hat es erkannt und jesus antwortete und sprach zu ihm glückselig bist du simon sohn des jona denn fleisch und blut hat dir das nicht offenbart sondern mein vater im himmel und ich sage dir auch du bist petrus du kleiner stein und auf diesem felsen will ich meine gemeinde bauen und die pforten des todes reiches sollen sie nicht überwältigen was ist denn dieser fels die aussage du bist der christus der sohn des lebendigen gottes das ist der fels und wenn wir nicht auf diesem fels sind dann sagt die bibel haben wir nichts denn petrus ist nur ein kleiner stein und ein kleiner stein kann sich nicht zum fels machen und ich will dir die schlüssel des reiches der himmel geben und was du auf erden bindet wirst das wird im himmel gebunden sein und was du auf erden lösen wirst das wird im himmel gelöst sein die Kinder Gottes haben eine Gemeinschaft mit Gott und sie sind im Einklang mit seinem Charakter und alles was in Charakter geschieht wird auch hier gebunden so wie im himmel gebunden aber nie eine lüge nie eine lüge diese pflanze die kriegt nie was das ist der brennende busch also individuell und gemeinsam sollen wir auf dieses fundament bauen wir können die gemeinde nicht erhalten wir können nicht wir können predigen eine kurze Weile aber dann sind wir weg da müssen andere kommen der geist gottes muss immer wirken wenn wir sterben sind wir weg aber die gemeinde ist noch immer hier also wer erhält sie ist doch Christus er kann die verheißung unmöglich unwirksam machen Jesus wird seine gemeinde erhalten und nur in ihn können wir Zuflucht finden unsere Mission ist das zu verkündigen solange wir einen Mund zum Reden haben auf dem Fels damit Sturm und Unwetter das Gebäude nicht weg wegen jeder muss sich selbst für den Glauben an ihn entscheiden denn darin liegt der Schlüssel zum ewigen Leben es es ist ein vorrecht ihn zu kennen und die verheißung in anspruch zu nehmen die sterbliche unsterblich macht aber wir müssen ihn kennen und wir müssen uns fragen wollen wir das dann gibt es noch eine ankündigung bei der verwandlung und jetzt spricht Gott wieder Matthäus 17 Vers 5 als er noch redete siehe da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe eine Stimme aus der Wolke sprach dies ist mein geliebter Sohn in dem ich wohlgefallen habe genau die gleichen Worte wie bei der Taufe aber hier kommt was extra auf ihn sollt ihr hören hier sehen sie ihn verherrlicht sie sehen ihn in dieser Machtsposition die er hatte auf Sinai und die Stimme sagt dies ist er und ihr müsst auf ihn hören und wir lesen es in Markus dies ist mein Sohn auf ihn sollt ihr hören in Lukas das gleiche auf ihn sollt ihr hören und Petrus bestätigt es und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren also die Stimme Gottes die wichtigsten Predigten die niemand anders geben darf außer Gott sind das Gesetz und die Autorität die absolute Autorität Jesus Christus ist der Sohn Gottes und nicht nur ist er der Sohn Gottes wir müssen auf ihn hören er ist die Autorität so sagt Gott so hier auf diesem Berg den wir da links sehen da fand die Verherrlichung statt und die zwei Elia und Mose sind neben ihm das Gesetz und die Propheten beide sind den Himmel denn der eine ist im Himmel aufgefahren ohne den Tod zu sehen und der andere hatte eine besondere Auferstehung nachdem Michael der der ist was Gott ist mit dem Teufel gehadert hat über seine Leiche und er ist auferstanden und ist im Himmel und hier wird seine Gottheit wieder einmal bestätigt ein bisschen weiter in der Bibel die Stunde ist gekommen jetzt ist meine Seele erschüttert lesen wir im Johannes Evangelium und was soll ich sagen Vater hilf mir aus dieser Stunde doch darum bin ich in diese Stunde gekommen Vater verherrliche deinen Namen da kam eine Stimme von Himmel wieder eine Stimme ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen die Menge nun die dabei stammten dies hörte sagte es habe gedonnert andere sagten ein Engel hat mit ihm geredet Jesus antwortete und sprach nicht um meinet willen ist diese Stimme geschehen sondern um euret willen also Gott gibt ihnen noch eine Chance er kündigt wieder an hier ist sein Sohn er soll jetzt sterben er soll gekreuzigt werden das Blut soll ihm aus dem Gesicht raus laufen und er sagt vom Himmel dass das geheiligt ist verherrlicht ist jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt nun wird der Fürst dieser Welt heraus geworfen werden hier kommt die absolute Autorität Autorität aber nicht mit einem Berg der bebt sondern mit einem Christus der zum Kreuz geht und das ist der endgültige Sieg Johannes 12 Vers 32 und ich wenn ich von der Erde erhöht bin werde alle zu mir ziehen nicht zwingen sie werden mich sehen da am Kreuz und dann in diesem Kreuz werden sie sich fragen wer hängt denn da an dem Kreuz wieso hängt er an dem Kreuz ist er gekommen weil er mich hasst es passt irgendwie nicht in das Kreuz rein wieso hängt er da an dem Kreuz Markus 15 25 es war aber die dritte Stunde als sie ihn kreuzigten Johannes 11 Vers 25 und 26 Jesus spricht zu ihr ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt wird leben auch wenn er stirbt und jeder der lebt und an mich glaubt wird in Ewigkeit nicht sterben glaubst du das sie hatten ihn gerichtet siebenmal haben sie ihn gerichtet siebenmal kam er vor Gericht er kommt er kommt vor Anas er kommt vor Anas und Kajafas sie schlagen ihm ins Gesicht er sagt kein Wort sie haben ein Nachtgericht sie kerkern ihn ein nackt sie haben ein Frühmorgen Gericht sie bringen ihn zu Pilatus er schickt ihn zu Herodes Herodes schickt ihn wieder nach Pilatus siebenmal sie schlagen ihn sie geben ihm eine Dornekrone und hier ist der Gott der Sinai zittern ließ der Macht hatte um den König von Babylon zu erniedrigen den Balsasser die Knie zu schlottern und hier steht er und er sagt kein Wort und wie ein Lamm hängt er an diesem Kreuz und ich wenn ich von der Erde erhöht bin werde alle zu mir ziehen und darum predigen wir Christus und wir predigen ihn als den Gekreuzigsten denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen die verloren gehen uns aber die wir gerettet werden ist es eine Gottes Kraft hier ist eine Wucht in diesem Kreuz die alle Lügen des Satans vernichtet hier verschwindet die Lüge die ich in meiner Jugend getragen habe mit so viel Wut im Bauch sie kann nicht in dem Glanz des Kreuzes überleben die Lüge muss weichen Martin Luther merkt an dass es das Kreuz ist wo die Kraft liegt er warnt sogar dass die Gedanken über die Majestät Christi gefährlich sind ich sage Martin Luther spinnst du wie kannst du sagen wir sollen nicht predigen über die Majestät und die Gewalt und die Macht und die Kraft und die Autorität und Martin Luther ist so spitz finde ich er sagt weil der Satan der liebt diese Macht denn er will sie ja haben und so verschleiert er sich in dieser Macht und sagt betet mich an aber genau den Charakter den ich hasse weil er keine Demut keine Liebe keine Barmherzigkeit hat den verschleiert er in dieser Autorität und ich sehe es in dem was er verkündigt an die Menschen um ihnen Furcht einzuprägen Martin Luther sagt es ist gefährlich weil auch ein böser Geist sich in Majestät kleiden kann dagegen kann er sich nicht unter das Kreuz stellen denn durch dieses Kreuz ist er besiegt und zu Boden geworfen werden da hasst er es voller Rachsucht aufgrund des Kreuzes können wir Gottes Wort bedingungslos gehorchen und es uns aneignen als wäre es allein für uns geschrieben im Kreuz werden alle Lügen des Teufels bloß gelegt ja mit diesem Gott kann ich was anfangen diesem Gott diesem Gott kann ich die Autorität anvertrauen aber dem anderen dem kann ich die Autorität nicht anvertrauen denn er wird sie gebrauchen und vielleicht wird er sagen ich schlage dich wenn du mir nicht gehörst vielleicht wird er ein gruseliger grausamer Gott sein aber diesem Gott mit dem kann ich was anfangen der hat sich gedemütigt der lag in Windeln er lässt sich schlagen er hat die Macht und er gebraucht sie nicht und er siegt in einem Kreuz und das ist der Gesetzgeber dem kann ich die Autorität anvertrauen mit dem kann ich leben ich kann zu ihm sagen dich dich vertraue ich mit dieser Autorität Menschen kann ich nicht vertrauen Mao Zeitung vergiss es Adolf Hitler vergiss es wenn die die Autorität und Macht haben dann zerquetschen sie alles was zerquetschbar ist aber dich dich kann ich annehmen du hast die Autorität aber du bist nicht wie die anderen anderen andererseits ist das Kreuz aber auch kein Blanko Check für Erlösung denn es gibt Bedingungen und diese Bedingungen lagen bei Sinai bedingungslose Erlösung würde bedeuten die Sünde zu verewigen wir wollen aber von unseren Sünden gerettet werden und darum brauchen wir eine Umwandlung des Wesens die uns wieder mit Gottes Vorschriften in Übereinstimmung bringen dennoch ist es im Kreuz wo die Macht der Liebe Gottes ihren Mittelpunkt hat wo ich Vergebung finde und seine Barmherzigkeit erfahre es ist das Kreuz das uns ausrufen lässt würdig bist du o Herr zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen und die Engel die sprachen mit lauter Stimmung würdig würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob verstehen wir das warum nur dieses Lamm kann mit dieser Autorität umgehen wenn diese Autorität je in eine andere Hand gelangt dann haben wir die Hölle dann haben wir die Hölle also vertraue ich ihm sie gerne an du darfst diese Macht ausüben du hast die Macht Sinais aber du bist nicht einer der vernichten will sondern einer der retten will mit diesem Jesus kann ich ewig leben mit diesem Jesus möchte ich leben jeder Atemzug des Lobes jedes Wort der Erhöhung soll dem zukommen der würdig ist also ich brauche nicht mich niederschmeißen wie ein Wurm und sage zertritt mich ich brauche es nicht machen denn er ist zu mir herabgekommen als Mensch um für mich zu sterben aber weil er es getan hat werde ich aus eigenem freien willen vor ihm niederfallen denn er ist würdig nicht weil er es verlangt er würde es nie verlangen aber weil ich es geben möchte darum heilig 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 ist der Herr Gott der Allmächtige der war und der ist und der kommt würdig bist du Herr zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob groß und wunderbar sind deine Werke O Herr Gott du Allmächtiger gerecht und wahrhaftig sind deine Wege du König der Heiligen ich hätte das nie singen können mit meinem Gottes Bild das ich hatte ich wäre erstickt an diesem Lied aber nicht mehr denn ich sehe ihn ganz anders groß und wunderbar sind deine Werke O Herr Gott du Allmächtiger gerecht und wahrhaftig sind deine Wege du König der Heilige Wer sollte dich nicht fürchten aber nicht Angst sondern Ehrfurcht O Herr in deinem Namen nicht preisen denn du allein bist heilig ja alle Völker werden kommen und vor dir anbeten doch obgleich allein Gott heilig und ist lobeswürdig ist werden menschliche Zungen dazu missbraucht den Menschen zu verherrlichen statt Gott ist das nicht eine interessante Aussage so wie im Feser schrieb dazu fähig sein mit allen Heiligen zu begreifen was die Breite die Länge die Tiefe und die Höhe sein und die Liebe des Christus zu erkennen die doch alle Erkenntnis übersteigt damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes und Zacharias sagt denn so spricht der Herr der herrsch dann nachdem die Herrlichkeit erschienen hat hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt die auch geplündert haben denn wer euch antastet der tastet seinen Augapfel an Gott ist so besorgt um seine Kinder und Matthäus sagt und siehe da brachten sie einen gelähmten zu ihm der auf einer Liege Matte lag und als Jesus ihren Glauben sah sprach er zu dem gelähmten sei getrost mein Sohn ist das nicht schön so sanft so persönlich deine Sünden sind dir vergeben Pharisäer haben sich aufgeregt wie kann er die Sünden vergeben wer denkt er ist er aber er sagt einfach nur damit ihr wisst dass der Menschen Sohn Sünden vergeben kann was ist einfacher dass ich ihm sage steh auf und geh oder dass ich ihm sage deine Sünden vergebe aber damit ihr es wisst steh auf nimm dein Bett und geh diesen Jesus möchte ich kennenlernen sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden kann ich das glauben ich denke ja wenn er die Toten auferwecken kann wenn er den lahmen heilen kann dann wird er auch die Sünden vergeben und sie ein Aussätziger wisst ihr was das ist ein Aussätziger ein Lepper die mussten rumlaufen und schreien unrein unrein und alle randen weg wie die ratten wenn der vorbeikam und hier kommt ein Aussätziger und fällt vor ihm nieder und spricht Herr wenn du willst kannst du mich reinigen und Jesus streckt die Hand aus und rührt ihn an stellt euch das mal vor unrein unrein so eine ansteckliche Krankheit und sprach ich will sei gereinigt und zugleich wurde er von seinen Aussatz rein das ist ein ein Christus Bild das jedem eingeprägt werden sollte und eine Frau die seit zwölf Jahren einen Blutfluss gehabt hat und all ihr gut an die Ärzte gewandt hatte aber von keinem geheilt worden konnte trat von hinten her zu und rührte den Saum seines Gewandes an und auf der Stelle kam ihr Blutfluss zum Stehen und Jesus fragte wer hat mich angerührt und die Jünger sagen zu ihm hey kannst du nicht sehen wie viele Menschen da um dich sind aber ich habe gefühlt Würde geht aus mir raus warum macht er das er will sie persönlich zu sich ziehen wer hat mich angerührt Jesus aber sprach es ist mich jemand angerührt denn ich habe erkannt wie eine Kraft von mir ausging als nur die Frau sah dass sie nicht unbemerkt geblieben war kam sie zitternd viel vor ihm nieder und erzählte ihm vor dem ganzen Volk aus welchem Grunde sie ihn angerührt hatte und wie sie auf der Stelle gesund geworden wird er aber sprach zu ihr sei getrost meine Tochter dein Glaube hat dich gerettet geh hin und Frieden sei getrost meine Tochter was ist euer Jesus Bild habt ihr auch so ein Jesus Bild wie ich hatte oder können wir diesem die Autorität anvertrauen denn wir haben nicht einen hohen Priester der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten sondern einen der in allen versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir doch ohne Sünde darum bin ich in Jesus Christus verliebt ein komisches Ding für einen Mann zu sagen ich hätte es mir nie vorstellen können dass ich das sagen könnte aber ich sage es wie könnte denn ein reiner von einem unreinen kommen nicht ein einziger sagt hier es ist nicht möglich aber Jesus fest den unreinen an der schreien musste unrein unrein und sofort ist er rein eine Stimme vom Himmel antwortete Apostelgeschichte 11 9 mir zum zweiten Mal was das halte du nicht für gemein für unrein wenn Gott einen anfässt dann wird man rein wenn wir aber unsere Sünden bekennen so ist er treu und gerecht dass er uns unseren Sünden vergibt und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit das ist der einzigste der falsche Ideen falsche Gedanken falsche Dränge falsche Erkenntnisse aus uns entfernen kann die Haltung sich selbstlos für andere einzusetzen gibt dem Charakter tiefe Festigkeit und Christus ähnliche Lieblichkeit und schenkt seinem Besitzer Frieden und Freudigkeit die Ziele sind Nobel Trägheit Egoismus haben keinen Platz Wer auf diese Weise die christlichen Tugenden lebt wird wachsen und für Gottes Werk erstarken Er wird eine klare geistliche Wahrnehmung haben ein beständiges wachsenden Glauben und mehr Vollmacht in Gebet Der Geist Gottes bewegt seinen Geist und bringt als Antwort auf die göttliche Berührung die heiligen Harmonien der Seele zum Schwingen Wie wäre es um mit diesem Jesus mit dieser allmächtigen Gottheit eine Ewigkeit zu verbringen Wie wäre es Es wäre doch super Wer will es nicht tun Es ist sein Wille dass ich gerettet werde Nur meine eigene Entscheidung kann es verhindern Ich habe immer geglaubt du gehst zur Hölle und da bratest du Vater ich will dass wo ich bin auch die bei mir sein die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen die du mir gegeben hast denn du hast mich geliebt vor der Grundlegung der Welt Ich will dass sie bei mir sind So gibt es jetzt kein Verdammnis mehr für die welche in Christus Jesus sind die nicht nach gemäß dem Fleisch wandern sondern gemäß dem Geist Gott selber kündigt an wer Jesus Christus ist und Gott selber im Fleisch lebt vor was der allmächtige Gott sagt Jesaja das nicht für uns ist ein Kind geboren und sein Name soll sein All die Titel Gott mit uns allmächtiger Vater allmächtiger Gott diesen Gott den müssen wir kennenlernen und mit diesem Gott kann jeder eine Ewigkeit verbringen ich möchte haben dass jeder ihn wählt und dass alle falschen Gottes Bilder verschwinden und nur dieser übrig bleibt kommen wir beten Unser lieber Heiland danke dass du schiefe Gottes Bilder nicht verurteilst mit Donner und Blitzen und Schläge sondern sie antwortest in deiner Menschheit und sie vernichtest an einem Kreuz mag jeder Mensch das sehen besinnen und annehmen in Jesus Namen Amen Amen Vielen Dank.